hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist die peking batterie dran xl multi effect fireworks battery mit 33 schuss best deal die batterie habe ich mal vor zwei jahren gekauft hat sie noch nie gezündet so ein bisschen eingestaubt auf jeden fall von wolf feuerwerk oder wolf je nachdem hier steht wolf ja also das steht wolf und wie gesagt hergestellt 2019 also habe ich so vor knapp zwei jahren wenn das video sieht hersteller ist acme fireworks kenne ich jetzt so nicht und importe ist wolf vorwerk also denke ich mal niederlande preislich kann ich euch jetzt hier ja nichts sagen da ist noch preislich kann ich euch nichts sagen aber ich denke mal so teuer wird sie nicht gewesen sein sie ist auf jeden fall vom hunger aus verkauf gewesen vor einem jahr oder zwei jahre also liegt schon eine weile rum bei mir und genug gequatscht wegen mal raus und zünden die peking bis gleich jetzt kommt die versprochene peking also ich finde es richtig geil also ein echtes ja mal was anderes aber wir haben auch ich ja ja ich ich ist ich ich I remember you, you make me stronger And you're without it much longer Remember, remember